So, das ist auch schön, dass ihr eingeführt habt. Wir haben schon den ersten Hinweis eingesammelt. Mit dabei ist noch geblieben. Toll! Hallo! Das ist ein Anbord gemacht. Hä? Warum ist die Aufnahme denn passiert? Ich verstehe den Kopf manchmal nicht. So, jetzt geht's aber nicht. So, dann müssen wir halt jetzt das Gelaber von den letzten 5 Minuten wiederholen. Okay. Machen wir das. Aber die Wunde bleiben. Ja, ja. Ja. Aufnahme läuft nicht. So, jetzt. Okay. Hallo! Hallo! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hast du denn schon für dein Event alles fertig? Nee, ich hab noch einen Strang zu machen. Okay. Die Wunde auch. Aber... Ja, das wär ja mein. Das muss man nochmal machen mit. Au! Nein, ich wollt nicht! Nein, der hat geschossen. Ja, jetzt wissen sie alle wo wir sind. Ja. Oh, oh. Jetzt weiß er nicht, wo wir sind. Warte, ich mach die weg. Spät. Warte. Ich mach sie weg. Hat sie aufgelöst. Oh, Feierabend gab es nach Hause gegangen. So, Feierabend. Der Kopf ist einfach geplatzt bei dir. Ja, vor Freude. Der hat uns gesehen. Ja. 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 Komm bei ihm. Da drüben sind Entchen. Entchen. Ente, 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 Ente. Jetzt, wo ich den Bogen nicht dabei hab, sind überall die Hives, gell? Ja, klar. Ja, klar. Wie die Lippenspreche. Wie die Lippenspreche. Elektrische Fliegenklatsche. Bzzz. Bzzz. Boppelheifel. Oh, ein Hinweis, ein Hinweis. Toll. Ja, danke. Toll. Die haben die gerade erledigt. Gleich hin und erledigen. Ja, die muss erstmal bedanken für die uns im Weg genommen haben. So. Die Weizen sind weg. Oh, ist schon ganz schön. Die Krippen. Oh, ist schon ganz schön. Die Seite haben es aufgenommen. Ja. Ich hab jetzt ein paar neue Emotionen hinzugefügt. So, ist ein Fassakeim aufgefallen. Bis auf den Boden. Ey, geil. Geil. Die Demochen stellen. Fand ich auch gut. Da sind noch ein paar andere gut dabei. Na klar, jetzt kommen die Hunde. Aua. Das ist schon so ein Proleten, aber nicht stark genug das Ding mit eigenen Schlag zu töpfen. Echt? Das geht immer am Kopf hervor. Das hört weh. Hast du ein Aspirin? Ach, das ist auch ein Hund. Hängen die Zunge raus im Shield. Aber ich hab noch eine starke Persönlichkeit. Guck mal, das ist mal heiß. Oh, ich hab ein Heckenschützengewehr. Ja, das ist gut. Jetzt mal lieber hier auf einem Bogenball. Ja, mach ich die nächste Runde, okay? Ja, nächste Runde ist ja keine Heismut. Die haben wir jetzt verbraucht. Ja, ja, das ist halt das Schlimme. Finden wir gar keine. Können wir mal überlegen, nehm ich jetzt hier Heilung oder finden wir jetzt hier Heilung? Ich hab Heilung. Ich auch. Auch, ich hab gerne nur eine hier rum nicht. Eigentlich liegt durch, ich liegt in der Gegend rum Heilung. Wir müssen aber in die Richtung, ja. Ja. Muss man manchmal auf die Toilette gucken. Machst du besser? Okay, warte, ich gehe weiter. Da kenn ich mich aus. Okay. Und? Boah. Erstmal, erstmal, erstmal in der Toilette heilen. Ja, erstmal in der Toilette heilen. Wir kennen's nicht. Wirkt antibakteriell. Ich hab was gefunden außerhalb der Toilette. Sehr gut, los geht's. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Kannst du mit dem Ding hacken abschießen? Ja. Ja, ja. Ja, das ist richtig. Ich kann sogar Hecken schütten. Keil. Da ist eine Hecke, warte, ich beschütze sie. Machst du das, mach das. Was sind sie vom Beruf Hecken schützen? Beschütze Hecken. Oh, oh. Nein, ich hab die. Ich hab die sogar gehört. Ich war, sagen wir, sie sind voll in die Grabe, ich kann nur sagen. Das ist ein Raben. Ja, ich seh's. Die habe ich diesmal gesehen. Oh, oh. Ja, ja. Jetzt hast du schütten hier. Ja, ja. Jetzt hast du schütten hier. Und die Mönche wohnst, glaube ich nicht. Warte mal, was machen wir? Was ist dein Plan? Äh. Deinrennen, töten. Okay, die haben sie aufgenommen. Scheiße. Okay, wieder abdrehen. Wir gehen nach Hause. Tschüss. Jetzt müssen wir taktisch kämpfen. Taktisch? Och, ne, ne. Da bin ich halt raus, ne. Wo ist denn der Ausgang? Die müssen auf jeden Fall uns irgendwie halbwegs vorbei. Wo bin ich gerade? Ja. Die werden auf wem wir drinnen rum. Die wissen auf wem wir da sind. Da brennt sogar ein Gott. Und rechts nehmen wir ein rotes Fass. Sollen wir mal näher ran? Und noch ein anderes Team ist denk ich mal da. Äh. Okay, wo hinterm hausten sind wir da, muss ich sagen. Nope. Ähm. Oh, jetzt kommt die Helf zu mir. Ich muss kurz die Helfwerk machen. Okay. Gehen die weg? Ah, die haben auch noch. Aber die sind irgendwo wirklich direkt. Ja, ich sehe es. Hab allen getroffen. Ja. Äh. Ich bin vielleicht in die Richtung. Außerhalb oder innerhalb? Ich bin, ich bin, ich bin. Außerhalb. Aua, au, 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 au. Auf sie, die zieht jemand zurück. Ja, hinter mir. Die sind überall. Da kam einer hinter mir. Da kam einer hinter mir. Shit. Mit dem Branden-Munition. Hat eine Libell. Ich glaube, ich warte mal eben kurz. Wegen Schüsse. Also, das sind, denke ich mal, insgesamt mit uns vier Teams. Oh, cool. So, eine dritte. Drei vor. Ich bin so dicht an dem Dings vorbei. Ich sehe den nicht. Komm. Wo ist er? Okay, komm doch schon weiter. Oh. Das Ding ist hier. Hey. Für mich persönlich. Oh. Oh. Alter. Alter. Schau. Ob sie jetzt abholt. Wo wird den Föcker hinwerfen? Hey. Da hab ich vor. Da hab ich vor. Shit. Uh. Gas. Geil. Der ist bei mir. Ja. Klappe. Sehr gut. Nice. Aha. Was willst du jetzt? Oh. Der Kanker. Super. Macht er nichts. Hä? Warum brennt man Dings die ganze Zeit? Alter, der ist einfach ungemotselt. Der ist einfach ungemotselt. Ich frage mich, warum sie meine Leichen nicht verbrennen. Nicht, dass ich es will, gell. Aber. War ich da mal gleich mit seinem? Aber sind die jetzt eigentlich abkommen, ja, ne? Die haben sie aufgeteilt. Hä? Da hat gerade einer geguckt? Ich will den eigentlich looten. Hallo. Bornheim. Cool. Der ist noch drin, oder? Ich glaub der andere, der ja draußen war, der ist jetzt so. Da ist aber noch jemand, irgendwo da hinten. Da dahinter. Komm nochmal zurück. Shit. Wenn die sind wir gar nicht. Benutzt doch mal das MG. Na. 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 Ein bisschen Panzerfaust. Wo sind die denn? Was? Was? Das erlebt noch. Nein. Haha. Woller. Komm mal zurück. Los, sei mal mutig. Bitte ich holen? Nee, das ist zufällig. Nicht ja. Du kannst es versuchen. Aber da wird so relativ kurz in Folge. Willst du sowieso machen? Nein. Das ist zufällig. Die Bank ist einer. Nein. Kommt. Du bist zufällig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der ist auch down, oder? Ich weiß nicht. 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 ja ich weiß muss der rest davon kann ja mit dem bunti oder ob die jetzt sicher ließ ich glaube das wird was nachladen ganz kurz nachschub hier wie kann ich denn die munition wechseln mit ich habe nämlich nur feuer ja ja kannst du dann hast du dr hobsen bis nächstes mal gibt es dann den was bilden schützen auch für manche die nicht scharfen ich habe das geschäft gelesen weil ich so angespannt ich doch die spax mit jetzt wissen sie dass wir kommen ja ich weiß oder drüben wissen sie auch da drüben sind auch welche aufgeschickt worden wo waren sie von denen ich weiß nicht alter was die bild schön ich versuche sie hatte ich auch einmal nein hat mich ich habe keine dinge ich habe nur ein lebensbeigen ach so ich auch den habe ich auch nicht voll der hat der hat auch nichts mehr der 50 hp 50 hp wo ist ja ich hab den gesehen rechts im brüch drin aber mehr auf der rechten seite so mittel mittel rechts das einzige was mir jetzt was jetzt helfen könnte wäre wenn ich ganz schönes bounty aufhebe er hat auch nicht mehr hp als du ja ich weiß aber nicht wo er ist ich stehe offener als er ich weiß dass er du kannst ja und die holen mich dann das ist mein plan ja klar mein plan ich versuche direkt hinter dir um zu voll ich weiß wo es wurde klingel bitte da ungefähr da kommt das wasser oder so das war gut das war richtig das war ein sehr spannender kampf das war richtig gut das war richtig spannend als er noch so spannend gefangen habt und und ich kann nicht mehr reden dann liken abo glöckchen kennt auch ne bis zum nächsten mal zu einem showdown tschüss tschaui tschau Vielen Dank.